Oh, was geht? Mein Name ist Peter Yves und wir sind heute einmal auf dem Spielfeld Area M. Ich glaube das größte Deutschland oder so. Keine Ahnung. Das soll auf jeden Fall ein heftiges Spielfeld sein. Bin mega gespannt. Bin heute nur einen Tag da. Wir haben Samstag. Mal gucken, was wir hier reißen können. Ausstattung ist auch schon on point. Und ich habe ein neues Scope am Start. Darauf freue ich mich mega. So, das heißt, heute ist wieder Freiwildsaison. Wir gehen draußen shooten. Würde ich sagen, Abfahrt, let's go. Gucken, was wir so reißen können. In dem Sinne, let's go. So, kleiner Zwischenstopp. Waffe ist zwar gekront, bringen sie aber trotzdem weg, denn ich komme nicht mehr als über 30 Meter mit der GBB. Das heißt, ich wollte eigentlich heute das neue Scope ausprobieren, aber wird wahrscheinlich schon zu DE sein. Die muss ich jetzt abgeben, weil mein Nassel ist noch im Arsch und ich habe kein Ersatzteil bekommen. Ich habe gedacht, das reicht noch, aber keine Chance. Wie gesagt, die kommen kaum 30 Meter und macht ruhig so einen Bogen nach unten. Also kaum Power. Das war alles eingestellt, aber wie gesagt, Nassel ist ja gebrochen. Jetzt heißt es austauschen. Krieg aber eine SAEG von meinem Admin, Zippo. Da gehen Grüße und Kuss raus. So, jetzt mal gucken, was wir da machen können. Kommt ein bisschen runter. Ja. Es wird auch hier niemand beleidigter als das und das und das. Ja. Wir wollen alle hier zocken. Wir wollen Spaß haben, ja. Wir sind jetzt da oben bei 9. Ja, wir müssen da unten fahren. Ja, überall. Die Jungs haben Kontakt. Wie ist der Status auf der Strecke von dir? Ungefähr so bei 2 Uhr ist Kontakt. 30 Meter. Kann ich nicht sagen. Ich hoffe, ich bin hier vorne hingegangen und war direkt Schuss auf mich. Okay. Wir mussten da die Kuhle rein und sichern die. Passt auf, von weiter unten, ja. Jawohl. Ich geh vor, ihr zwei kommt dann langsam nach, damit wenn die auf mich schießen, ihr von oben runterschießen könnt, okay? Alles klar. Ready? All rein? Alles klar, mal. Alles, die Pusche nach vorne. Oh, ich habe Sichtkontakt. Bei mir 11 Uhr. Hab ihn, Baby. Einer ist raus. 11 Uhr ist raus. Jungs, ich habe bei mir Kontakt. 12 Uhr. 1 Uhr. 30 Meter, 40 Meter. Stehe ich so lange drauf, bis er quiekt. Ich komme mit dir. Ja. 30 Meter. 30 Meter, 40 Meter. Du bist da. 300 Meter. Da ist die Barrikade links. Es sind zwei raus aus der Barrikade. Zwei rausgenommen worden. Mit der Rotenahne? HIT! Fuck! Wie siehts da oben eigentlich aus? Da ist Kontakt. Und, wirst du erst durch? Nein, nein. Ich will von hier mal gucken, was man so sehen kann. Oben muss irgendwo Kontakt sein. Ja, ich sehe Position. Da oben? Habe sich Kontakt, ja. Genau bei mir, 12 Uhr. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Rotes Bench, könnt ihr sehen, ja. Komm. Ok, hab ihn. Ist raus. Da vorne sitzen zwei drinnen, wo das Zelt ist und die Tüche. Ha. Oh, hier wird auch schon... Ja, ja. Da wurde ich direkt geschossen. Scheiße. Und, wie ist die Lage? Ich wachsene. Ich wachsene, ok. Hab ich vielleicht nix mehr. da war schön da ist der kontakt guck mal bei mir ich habe kontakt hinter der holzhütze vor mir sie sind an der holzhütze direkt habe ihn also zwei sind raus pass auf maio du hast hier an der holzhütze direkt ja wenn ich jetzt hier vorstehe auf ungefähr ein uhr da sind zwei drei spieler komplett leer geschossen ich brauche sind wir in deckung ja was ist das hier nice one wir können von rechts halt perfekt runterschießen von rechts wäre schon geil vom bunker her ist halt schon geil die sind schon hier da ist rot von kontakt ja die sind hier vorne direkt auf der straße so noch eins nach vorne oder was hier bleiben die sind hier ohne in der kuhle drin verdammt vorsicht 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 ja danke dir so ok Jetzt schießen die Auge. Oben ist glaube ich was. Ganz oben in der Jeanshose ist rot. Jeanshose ist rot, aber hat nichts gecallt. Scheiße, ich bin fast leer. Da ist sie wieder. Ist weg. HIT! Mario, hast du Kugeln? Steppen! Scheiße. Ich bin fast leer. Ich bin fast leer. Ich bin fast leer. Ich bin fast leer.